was geht ab heute bin ich mit einem neuen video hier wir spielen was spielen wir den sky scarper scraper wie heißt das wollten gerade auf englisch sky scraper tycoon glaube ich ach was weiß ich schon englisch bin ich nicht gut ja doch eigentlich bin ich gut purchase ich kann nichts kaufen beginbank ane ich spiele den bank tycoon welchen tycoon spiele ich jetzt alter perfekt ich weiß nicht welchen tycoon ich spiele die bank tycoon ja sonst würde ich ja kein geld bieten so das scheppert hier aber nicht sehr rein wo sehe ich denn wie viel geld ich habe hier und 48 ich will sagen aber ich glaube das ist nicht genug was habe ich jetzt gekauft ein dropper oder upgrader dropper gut da bin ich ja beruhigt 250 das nächste das ist sehr teuer hilfe ich werde nach hinten gedrückt bitte lassen sie mich frei nee kein zeit für spaß kein zeit für spaß das ist kein deutsch alter ich will ja nicht hochklettern immer zuerst die infrastruktur kaufen leute mein tipp für euch bei tycoons immer zuerst die infrastruktur kaufen so das hier kostet alles robux das haben wir nicht alter weg hier sofort weg gehen was kann ich mir denn jetzt kaufen wow das hat jetzt voll gebracht das hier zu kaufen wirklich ich habe zwar nicht lesen können was da gerade gestanden ist aber egal so das geld sollte hier jetzt ein bisschen reinkommen ich will nicht immer auf dieses roblox teil hier drüben autokollekt wer braucht denn das schon ähm da ach so der raum ja ich habe gedacht dort kommt nachher so ein so ein ding in so ein mensch der das geld entgegen nimmt den kassierer ja jetzt alter die sehen sogar noch geil aus jo cool cool das wird gekauft und dann noch das blitz nein 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 auf keinen fall lass mich in ruhe so warum macht er das der hat sich gerade selber getötet wie dumm muss man sein so kann ich jetzt das hier kaufen jetzt ja und es wird wieder nacht alle schlafen ganz tief ein 650 goldy goldy crate has spawned oh die muss ich sehen wo ist das eine goldy goldy was ist das picket ach so ja weil klar habe ich keine waffe wenn ich nicht denke dass hier die greats sind oh hat die einen effekt kuckuckuckuck oh ne sieht auch geil aus dann hier so eine geile katana ich habe 10.000 höh höh secure bank oh geil hä ach cool wenn man jetzt denkt hier da dass man draußen einfach rein laufen kann dann rennt man hier direkt gegen so eine secure wall gegen so eine secure wall äh door rein cheer wall ja jetzt habe ich auch diese waffen alter kann man hier nicht damit schießen oder was jetzt habe ich auch dieses jumping pad wuuh ja aber mit dem kann ich nicht schießen und das hier ah der fliegende teppich den kennen wir ja schon der zieht so ein schweif hinter sich her ja den kennen wir schon jetzt muss ich diese waffe hier testen hallo bleibt man stehen mit dem ist man one hit so ähm ja so jo die nehme ich an oh ne jetzt leckt wieder alles alter alter was ist das extra conveyor und wo ist jetzt dieser conveyor ach hier tics producer tics pro was sind tics schreibt es in die Kommentare was sind tics ach ne immer noch nicht genug godly nicht goldly goldly wäre zwar schöner gewesen aber tja final tics producer kommt nachher noch bekomme ich jetzt wenigstens anständig geld hier nein das ist ja voll wenig wie das hier reingeht das braucht ja noch jahre bis ich hier etwas dann erreicht habe so hier drüben kann man sicher noch kaufen oder ne roebox roebox ah das sofa hier auch was hat mir das jetzt gebracht fusion fusion lavert gatling gun ich geh mal auf die suche nach crates crash crates ich hab geld Mint alter geil warum kommt bekomme ich plötzlich so viel geld was ist das warum kann ich mit den waffen nicht schießen mit f feier warum geht das nicht so dumm ich kann mit den waffen nicht angefangen gekauft 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 motorrad geil kann ich mit dem schießen hier ja alter wo bin ich denn jetzt hier ich bin unter der map wie habe ich das geschafft unter die map zu kommen godly crate hier hinten so was habe ich denn alles hier im inventar ninja claw die ninja was macht die nix schön weapon great godly great und money great warum ist jetzt die godly great ok ich bin dann mal rich so geld abheben schauen was man kaufen kann woher wird das denn hier kann man ja nichts mehr kaufen jetzt ach doch hier noch ein konveller ja ja was habe ich denn jetzt alles gekauft bitteschön 10.000 das hier goldbarren goldbarren alter ist das geil das ist jetzt schon mein lieblings tycoon so geht's auch godly great meine 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 wo ist die godly great wo ist die godly great alter hat die schon jemand weggenommen hier die wollte ich haben so geld abheben was ist das denn hier third floor ach so company of floronin p90 finish walls ein bisschen viel hier so red segway ich muss mich schnell killen alter wie ich schaue so ach nee jetzt ist ja auch meine katana weg ja im nachhinein betrachtet war das gerade ein bisschen blöd kann ich jetzt schießen nee denkste das nehme ich das nehme ich ich liebe das so funktioniert die hier nö ein goldener scooter jetzt bin ich wieder hier unten war man den segway hallo ich will drauf oh godly great nein 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 alter du kleiner pisser toll jetzt habe ich keine waffe nee meine das glück ist jetzt aber nicht gerade auf meiner seite muss ich zugeben was habe ich jetzt hier alles gekauft eine coole rüstung einen hammer ein hoverboard hallo ich will das bekommen gerne tano's glove das hier und das segway habe ich hier eigentlich schon ja aber ich will das hoverboard boah jetzt funktioniert das auch nicht hä das ist genau das gleiche was man dort bekommt hat das wenigstens einen effekt nee man so wo sind denn hier die crates wo was war das hier ist einfach ein blatt am herumschweben alles klar ähm ich wollte runter ich habe schluck auf ja keine sorge ich kann es nicht kaufen cool gold hä welches ist cooler nee das andere ja das hier ist cool ah jetzt will ich versuchen ob ich hier einfach auch mit dem hier hochkomme japp go godly great wo dort hinten meins was nicht meins hat die das jetzt bekommen ich habe nicht aufgepasst habe ich das bekommen oder godly du sterbst mal schnell geld crates hier hinten maximal weggepackt maximal weggepackt so dann gehen wir wieder hier hoch dumm und do go so viel Warum kann ich das nicht bekommen? Mal schauen, was das kann. Nicht schießen auf jeden Fall! Jetzt habe ich zweimal diesen Magic Stuff hier. Ah, weg mit deinem Regenbogenteppich, du Trottel. Alter, ich hasse diesen Ton jetzt schon. Macht mich das schnell? Ja, ne? Ach nee, jetzt habe ich diesen Skinchill. Jetzt habe ich einen lilanen Kopf. Bin ich jetzt hier oben fertig? Finish Walls. Das hier, das hier. Hä? Äh, ist das ein Balkon? Balkon? Bankroof. Bankroof. Wer reportet wen? I report you. Wer? Wen? Hoffentlich nicht mich. Ich bin ganz anständiger Mensch. Ähm. Was wollte ich denn kaufen? Das hier. Bankroof! Tycoons bin ich der ungeschlagene Master, Leute. Das wisst ihr. Zusammen mit Nimrod, der hat, ähm, ja, nie den Tycoon fertig geschafft. Aber wenn ihr mehr Videos mit Nimrod wollt, dann lasst ein Like und Abo da. Das würde mich freuen. Logisch freut es mich, ne? Ähm, ja. Ah, hier drüben, hier drüben. Oh! Ui! Nein! Jetzt bin ich wieder hier unten! Wo sind die Crates? Weg! Toll! Super gemacht! Wo hat das Crates? Wo hat das Crates? Wo hat das Crates? Ah, jetzt habe ich genug Geld! Jetzt ist ein ganzer Skin lila. Ah, jetzt bin ich runtergefallen. Oh! Oh, noch mehr! Okay, Leute. Wenn ihr, ähm, weitere Folgen von dem ihr sehen wollt, dann lasst ein Like und Abo da. Man sieht mich nicht. Dann lasst ein Like und Abo da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, ja. Ich würde sagen, Ciao! Auch!